So, okay, so, das ist die Mission, ne? So, ähm, das brauche ich da unten jetzt, ne? Nein, aber ehrlich gesagt, das ist, so, äh, so, okay. Ah, okay, wo bist du? Das ist... Okay. Okay. Das ist sogar direkt bei mir in der Nähe. So, hab ich... Ich... Bitte hier runter. Wie sieht's jetzt hier aus? Die ist fast abgeschlossen. So, wie sieht's hier aus? So, ab in den Sternenbuschweg, bitte. So? We're done here. Hier in Duisburg brennt er da aber häufig, ey. So, ähm... Ey, so, ähm... 9-1-1. What's your emergency? Hello? There are some guys here fighting. Can you do something about it? How many of them are there? How many of them are there? Four men are fighting. Uh, okay. Did you see if they had any weapons? No, I didn't see any. Uh, okay. Is anybody injured? It's hard to tell, but one of them has taken a lot of punches. I just can't believe he's still standing after that. Mm-hmm. Can you give me a precise address of the incident? Yes, of course. It's at... Okay. Uh... I'm sending emergency services right now. Thank you. Bye. Waiting for orders. Heading over there. So, äh... Okay. Waiting for instructions. A copy. Going near. Da auch hin. Medical heading to the hospital. So, das ist... Der... Brennwort. Waiting for orders. Waiting for orders. Right away. Right away. So, okay. Okay. So, um, uh... That's all. What is important? Good church. So, okay. Good church. I'm listening. Okay. Wir haben gerade... ... 9-1-1. What's your emergency? Hey, hello. I, I don't have an emergency, but... I'm making a computer game about your work, and... I'd like to possibly talk for a moment. Sir... Uh... 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 Are you there? Yeah. Well, we can talk for a moment. Okay. But maybe we shall meet after your work, so I don't block the line? Uh... That's a good idea. Yeah, that's a better idea. Call me at 48502 344 222 tomorrow afternoon. Okay? Okay. Sure. That sounds great that... I will call you tomorrow afternoon then. Thank you so much. You're welcome. So... Uh... Wie... Sieht's jetzt hier aus? Ich brauche hier ein RTW. Ich brauche hier oben ein RTW. So... Uh... Okay. Okay. So... Okay. Ein Autounfall. Da schicke ich dich hier hoch. Hm? So... Nächste Meldung? Meldung? Ja? Kannst eigentlich hier runterschicken. Komm, ne? So... Teilnehmer der Schlägerei. Okay. Standing by. Hm? Cool. Hm? We're under fire. Need backup. Need backup. Mhm. So, ähm... Und... Bitte mit da hoch. Habe ich... Da habe ich schon angefangen. Das hier... Stimmt. Das war hier der eine Anrufer. Okay. Okay. Aber ehrlich gesagt... Das... Das macht echt Spaß. Ja? Ja? Das macht echt... Das macht echt ne Menge Laune. Hm? Hätte ich jetzt... Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Das hat wirklich so viel Laune gemacht. Mhm? So... Okay. So... Die werden gerade verletzt. Und... Hm? Okay. Okay. Mhm. So... Du bist... Der Anrufer. Das ist hier... Äh... Der Fragenquatscher. Standing by. Uh... Uh... Rasen und Sänger haben wir... Haben wir nicht... Macht... Da ist Zeit abgelaufen. Verschlucken. Herzinfarkt. Uh... Aber... Wir haben... Gute... Wir haben gute Dienste geleistet. Mhm. So... Im Allgemeinen... Gut. So... Äh... Wir haben 32... Wir haben 33.000. Um... Ein bisschen mehr zu holen... Brauchen wir ein bisschen mehr Geld. Das heißt... Ich... Ehrlich gesagt... Ich würde jetzt sagen... Ähm... Ich... Ich... Schicke jetzt sie nochmal raus. Ne? Schickt... Ich schicke die Einsatzkräfte jetzt nochmal raus. Um ein bisschen Kohle zu machen. Und dann kaufen wir neue Fahrzeuge. Ne? Ist das ein Deal? Ja, ne? Wie sieht's hier aus? Äh... Mhm. So... Aber dass es direkt so rund geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. So... Mhm. Okay... Okay... So... Jetzt darf die Zeiten ruhig ein bisschen Schlärfe geben... Bis wir die ersten Einsätze haben. Ne? Da fällt gerade mal was auf. Okay... Okay... Mh... Mh... Mhm... Okay... Okay... So... Ähm... Notruf 912 ist doch nichts... Ja... Ich hab auch darüber viel gehört. Auch viel... Leider viel Negatives darüber. Ähm... Deswegen... Deswegen... Ähm... Äh... Das machst du dann besser nicht. Ja... Also... Äh... Okay... Dann kommt ihm ja direkt entgegen. Ja... 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 9-1-1. What's your emergency? Hello? My stomach hurts really bad. Mhm. So how long have you had this stomach pain? About an hour ago. It... It started suddenly... Okay... What's your address, sir? Mhm. Okay... I'll send the ambulance. Thank you. Thank you very much. I'll wait for them to get here. Okay. Bye. Bye. Äh... Na also wie gesagt... Notruf 911 ist jetzt... Ähm... Eher weniger so mein Fall gewesen. Einfach weil's so teilweise wirklich noch verbuggt war. Äh... Wo ich dann auch sag... Äh... Okay... Äh... Was? Anzeichen einer Grippe? Das hätte ich jetzt nichts besseres zu tun. So wie sieht's jetzt hier aus? Okay... So... Äh... Okay... Komm... Mhm... Ja... Also... Es... Ist... Sicherlich... Witzig... Aber... Ähm... Wie gesagt... Mein... Mein Fall ist das Spiel nicht... Ne... Also ich... Da gibt es ehrlich gesagt schönere Spiele... So... Emergency 17... Das wär zum Beispiel... Das ist zum Beispiel ein Spiel, wo ich dann auch selber sag... Ähm... Okay... Das... Kann man machen... Aber... Ehrlich gesagt... Ähm... Emergency... Das ist... Der... Bauchschmerz... Du bist... Der mit der Pizza... Ähm... Den kann ich eigentlich da hochschicken... Reporting... Und... Dann werde ich mal mit dem Herrn... Eine... Etwas größere Unterhaltung führen... Ähm... King... Suspects in custody... Requesting Transport... Weil... Dafür ist der Rettungsdienst eigentlich nicht... Gemacht... So... Was hast du hier? Herzinfarkt wurde gemeldet... Rettungsdienst auf dem Herrn... In 1885... Äh... Du fährst dann bitte direkt zu einem Herzinfarkt, bitte? Äh... Okay... Das... Wird mir grad... 9-1-1... Was ist deiner Überzeugung? Da ist ein Feuer hier! Ähm... Äh... Was ist denn... Was ist auf dem Feuer? Ich glaube, es ist ein Wohnzimmer... Wo bist du, Sir? In front... I need you to be more specific, Sir. Mhm. Is the room in a house or an apartment? Mhm. It's part of the house. Okay. You're not inside, are you? No, I saw the fire through a window. Uh... Alright, so how big is the fire? It's kind of big, like the size of a bonfire. Äh... Do you know if there's anyone inside? Maybe. Somebody might be there. I see lights on in other rooms. Mhm. The fire department is on the way. Okay. Goodbye. Okay. Okay. So... Habe ich jetzt irgendetwas übersehen? We are ready. So... Äh... Okay... I... 60 Sekunden? What are the orders? Ready for the next one. 10-4. We're done here. So... Wie lange dauert das? 117 Minuten noch. Oh, Jungs. 9-1-1. What's your emergency? Hey, there was a robbery? Okay. 4. Where did this happen? Around... How long? A moment ago. Okay. Are your attackers still in the area? They took a car and drove away. Okay. What kind of car was it? A red pickup, but I don't know the place. Do you have any injuries? No, we are fine. Alright, Sir. We'll take care of it. Just wait for emergency services to arrive. Mhm. Yeah, I will. Und du bist... Unfall? We are ready. 10-4. Äh... Dann bitte du erstmal da hin. Du... Bitte hier hin. I'm listening. Heading over there. So, das Feuer ist gerade am löschen. We are waiting for orders. Oh yeah, I guess it's good. Understood. Äh, okay. Verdächtige Bewaffnete, eine Bewaffnete, eine Geisel genommen. Bedingungen, Bedingungen wurden gestellt. Net. 9-1-1. What's your emergency? Hello? It's been a car crash. Okay. Äh, wo? Where did the collision happen? Around 1-1-4. Mhm. Äh... Are there any injuries? Yes. One person is injured. Where are my all of the armed forces? Are you there? Yeah. Can you tell what kind of injuries they have? One of the passengers says their stomach hurts really badly. Okay. Just make sure they don't move until the ambulance arrives. Sure. Mhm. Are any of the vehicles blocking traffic? Yeah, both are completely destroyed. Okay. When did it happen? Five minutes ago. Mhm. Okay. The other driver, he's obviously drunk. Uh. Alright, sir. Please wait for the emergency services to arrive. Äh, okay. Du bist der Einsatz. So. Äh, okay. So, wie lange dauert das noch? 23 Sekunden. Das dauert eigentlich viel zu lange. Braucht dringend ein neues Auto. Mhm. Was ist hier? Banden kämpfen mit Schlägern. Aha. Großartig. So. Uh. So. Uh. Uh-huh. Uh-huh. Where's the car parked? It's a restricted area. Mhm. Can you give me the address of where this car is parked, sir? I'm gonna get it, sir. So, what is it about this parked car that has you concerned? Private cars are not allowed to park here. Why is that, sir? It's for safety reasons. Uh-huh. Maybe I'm overreacting, but could you send the police to check it? Mhm. Yes, of course. I'll send the police to check the car. Thank you. Bye. We're done here. Waiting for instructions. A copy? On my way to the hospital. Okay. Okay. I'm listening. I don't know what you have. So. Uh. RTW. Da. Bitte open. So. Uh. Okay. So. On my way. Uh. Suspects are leaving transport. Waffen. Polizei-Transporter. Mhm. Hang on dort. Ready for the next case. What are the orders? On my way. We are ready. Run to the bridge on that. So. RTW. We can actually there. My good. 911. What's your emergency? Help! My kitchen is on fire! Where are you coming from? What's on fire? My toaster! And the fire's spreading! Try to put out the fire with water. Okay! Ah! Uh. 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 So, ähm, dann fährst du jetzt bitte da hin. Und dann da hin. Das war doch ein Versuch wert, liebe Frau B., oder? Okay. So, äh. Äh, okay. Mhm. Äh, komm, du bitte da. Also irgendwo verlässt du ein bisschen, ähm, die Übersicht. Mhm. Ähm. So, okay. Okay. Nein, ich bin nicht gemein. Hm? Ich bin nicht gemein. Was würde ich nie tun? Wir sind ja schon unterwegs, die Einsatzkräfte. So. Oh. Hey? So, ähm. Wie lange dauert das denn noch? Noch. Dauert viel zu lange. Dauert viel zu lange. Dauert viel zu lange. Eine Person, die wie mein bekannter Terrorist aussieht, wurde gebildet. Bei Emmericher Straße. So, äh. Krieg ich jetzt die Person hier weg, damit ich jetzt hier weitermachen kann? So. 45 Sekunden. Kannst direkt hier hochfahren. Okay. Dann kann ich schon mal den RTW-Karier auch schon mal hier runterschicken. Kannst eigentlich direkt rausfahren. Was war das nochmal? Dann kannst du die Polizei einmal hier runter, bitte. So. Okay. Okay. Ist das... Okay. 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 Wir sind unter Feuer. Nehmen Sie zurück. 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 Oficer, auf. Oficer, auf. Oficer, auf. Scheiße. Oh. Oh. Injured on board. Okay. Okay. Medikamente zurück. Habe die Orders. Ich kopie. Gehe da. Mhm. Nett. Nett. Also die Motorradstrafen habe ich jetzt nicht mehr. So. Okay. So. Es war ganz schön was los auf der Map, ne? Also hier in Duisburg passiert hier schon eine Menge. Mhm. So. Ich kann das nicht tun. Ich habe mich verletzt. Ich gehe zum Krankenhaus. So. Okay. Die sind erledigt. Soviel zum Thema. Ja, ich kaufe mir mal eben schnell neue Autos, ne? Mhm. Ja, herzlichen Dank. Ja, aber dass man halt wirklich die Städte noch mit dazu packen kann, ne? Das ist schon ziemlich cool. Äh, 97 Sekunden. Und dann kann ich auch mit da rausfahren noch. Puh. Es war echt ganz schön was los, Alter. Mhm. Mhm. Das finde ich auch... Das finde ich schon ziemlich geil an dem Spiel. Mhm. 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 Bin... Da bin ich echt ein Fan von. Mhm. 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 Und ich habe die Errungenschaft freigeschaltet. Purple Heart. Und wir haben jetzt genug Geld. Äh... Wir haben jetzt ein paar, ähm, Leute mehr. Ja. So, was hat uns, ähm, ähm, äh, wir brauchen. Polizeiwagen. Aber die kosten 180.000. Das ist ein Ernst. Oh, äh, okay. Feuerwehrwagen. Das Quad ist eigentlich uninteressant. Rettungssanitäter, Sanitäter, Motorrad. Ja, ja, gut. Ähm, 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 so. Dann müssen wir leider mit dem, was wir jetzt haben, äh, müssen wir auskommen und neu starten. Da soll ich mal erstmal neue Leute einstellen. Das wird kommen. Wir stellen erstmal jetzt ein paar ein. Mit denen wir jetzt arbeiten können. So, äh, okay. Dann brauchen wir jetzt auch Equipment. So, das ist der Polizeivan. Hm? So, äh, okay. So. Die Einheiten sind alle bestückt. So. Okay. Komm. Wussten mal die Leute alle aus. Haben ja für die Pistolen. Wir müssen ja noch Pistolen aufsitzen. Für die beiden hier. 2. 80 in. Uh. Vielen Dank.